Musik 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 Zum Pflegesymposium habe ich die Experten eingeladen, nämlich die Pflegekräfte. Was nutzt es, wenn Politik entscheidet, ohne zu wissen, wie es in der Pflege tatsächlich aussieht? Ich glaube, dass die Berufung einfach sich verändert hat zum Beruf. Die Pflege ist ein Beruf geworden in den letzten Jahren, ein sehr, sehr schöner Beruf, aber er hat sich einfach massiv verändert und gewandelt und muss jetzt, finde ich, einfach angepasst werden an den jetzigen Gegebenheiten. Wenn nicht jetzt fundiert gehandelt wird, und zwar nicht nur symbolpolitisch auf dem Papier, was sich gut anhört, wenn nicht fundiert gehandelt wird, dann haben wir in den kommenden Jahren und in den kommenden Jahrzehnten ein noch viel, viel größeres Versorgungsproblem als das, was wir jetzt gerade haben. Bis zum nächsten Mal.